Hallöchen meine lieben, ja da ist sie wieder. Ich war ja lange lange nicht da oder ich habe ja lange lange kein Action-Hall für euch gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich kaum noch im Action bin. Ich war wie gesagt im Mai, als meine Familie da war, mal im Action, habe aber einfach zu wenig gekauft, als dass es sich gelohnt hätte ein Hall zu drehen. Jetzt im Juni war ich zweimal da, deswegen habe ich ja auch eine Tüte neben mir stehen und werde jetzt auch ein Hall machen, werde euch zeigen, was ich gekauft habe. Kassenzettel, ich habe keine Ahnung, wo die sind bzw. weiß ich nicht. Also wir versuchen das jetzt einfach ohne. Ich habe ja weitestgehend eigentlich die Preise immer im Kopf. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt einfach keine Zeit und wir fangen direkt an. Ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, ich habe spontan geplant im Juli mit Lara und meiner Familie, also wir haben geplant, nicht ich, in Urlaub zu fliegen. Das ist das erste Mal, dass ich mit Lara überhaupt so richtig in Urlaub fliegen kann und wir überhaupt fliegen. Wir sind noch nie geflogen, wenn ich ehrlich bin, scheiße ich mir ein. Ohne Mist, mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich habe so eine panische Angst vor diesem Flugzeug, da überhaupt einzusteigen. Gut, wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Ich glaube, in dem Monat werde ich mir in die Hosen machen. Am Flughafen wahrscheinlich, denn vor lauter Aufregung dann noch irgendwie, keine Ahnung, Magenprobleme kriegen, wenn man das so nett ausdrücken kann. Ähm, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich daran denke, panische Angst kriege und ich hoffe, das legt sich noch und wird nicht noch schlimmer, wenn es so weit ist. So, und bevor ich mich jetzt hier totquatsche und mache und labere, fangen wir mal an, sonst wird es nämlich wieder ewig. Der Grund, warum ich im Action war, ist tatsächlich, weil ich Zubehör oder Sachen für die Reise gekauft habe. Ich habe wirklich so gut irgendwie keine Bastelsachen gekauft, sondern einfach nur Zubehör für die Reise, weil man da ja alles irgendwie braucht. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt hier alles noch in der Tüte, ist überhaupt nicht aussortiert. Fangen wir mal damit an. Ich habe ja meinen großen Rucksack, immer den großen. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter der hat und den schleppe ich halt immer überall mit, sei es zur Action oder was weiß ich nicht wohin und möchte. Wir fliegen in die Türkei übrigens, habe ich nicht erzählt, ne? Es war schon immer ein Wunsch von mir, da hinzufliegen. Meine Eltern waren vor zwei Jahren oder vor drei Jahren da und haben gesagt, das ist wunderschön und ja, jetzt fliegen wir da auch hin und ich freue mich riesig. So, und weil ich in der Türkei nicht mit meinem riesen fetten, schweren, großen, dicken Rucksack rumlaufen möchte, habe ich mir im Action so einen gekauft. Den kann man nämlich, oh ja, geht ja schon gut los, kann man nämlich auseinanderklappen. Der ist 30x16x42, gibt es in grün, Andrazitgrau, rot und blau. Ich habe jetzt Andrazit genommen. Kostet 1,99. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. So, 1,99. Dann, wir müssen uns bei und dann fängt das an. Das ist ja bei meisten Leuten sind C und, also der große C und der Zeige-C, also Zeigefinger, Zeige-C, der zweite C ein bisschen weiter auseinander irgendwie, als wo das dann irgendwie kein Problem darstellt, dann so zu laufen. Bei mir ist es halt so, minimal, wirklich minimal, an beiden Füßen, dass es eben reibt an diesen Dingern, wenn man damit läuft, länger. Ich hatte damals auch, ähm, so Gummidinger bei DM gekauft, die man sich dann dazwischen kleben kann und dann, ach, das hat trotzdem wehgetan. Das war irgendwie eine Riesenaktion. Ich versuche es nochmal. Die kamen 1,29 Euro. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die sind schön. Dann gab es auch für Lara ein paar davon. Allerdings gab es die in ihrer Größe nur noch in Jungsgrößen, also in Jungsfarben, aber das ist ja Wurst. Letzten Endes ist es ja sheetegal, wie das am Ende welche Farbe die Dinger haben. Fakt ist, dass sie bequem sind und sie sich da kein abschwitzt. So, die waren 99 Cent. Dann, 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 dann. Gab es einmal Schützelchen für 69 Cent Nacho-Shis. Die haben es nicht so ganz überlebt. Auch die Schokolade für 69 Cent hat es nicht überlebt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gedacht, es gibt ja eine Schokolade, die gab es damals im Osten, die heißt Bambina. Der eine oder andere kennt sie vielleicht und die ist auch aus Schoko und in der Mitte ist da so eine, so eine Füllung irgendwie. Und ich habe gedacht, die schmeckt vielleicht genauso. Ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Es ist Karamell drin, aber für 69 Cent, habe ich gedacht. Probieren wir die mal. Die war auch in fünf Minuten leer, sonst wäre sie geschmolzen, also musste sie weg. Dann habe ich aus dem Angebot für 99 Cent, das war aber, glaube ich, letzte Woche schon, einmal Brev Exotic mitgenommen. Das riecht so geil. Die nutze ich ja immer gerne. Also mein Hund steht hier neben mir und hofft, dass hier irgendwas rausfällt, aber da ist nichts drin. Dann gab es eine Sonnenbrille für die Tochter, 99 Cent. Ist ja nicht so, dass sie nicht schon 20 Stück hätte, aber nun ja. Ja, für 1,65 Euro, 1,69 Euro, ich weiß es nicht genau, gab es Aftersun Spray. Gerade wenn man dann in der Türkei in der Sonne, ich glaube, die ist noch ein bisschen schlimmer als die bei uns und da braucht man sowas. Ursprünglich wollte ich ja das haben. Ich habe das ja damals mal geholt. Ich hatte ja erzählt, meine Tochter hat so tierische Allergie gegen sämtliche Sonnencremes und Sonne und ganz furchtbar alles. Und wir mussten immer tierisch teure Sonnencreme kaufen, damit überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise kein Ausschlag auftritt. Und, ähm, ja, wenn sich das Kind eine Blase selber aufmacht und dann irgendwie alles wehtut und hier mitten ins Video platzt, obwohl ich ja eigentlich, sie saß ursprünglich in der Badewanne, ja, da kam sie jetzt raus und hat sich irgendwie die Blase am Fuß selber aufgemacht und das brannte jetzt und, ach, naja. Und wenn man da nicht rechtzeitig auf den Stopp-Knopf drückt, Stopp-Knopf-Stopp-Knopf drückt, dann hat man halt noch um 5 Sekunden, äh, läuft da noch irgendwie weiter. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir waren, was ich erzählt habe. Ich weiß nur, dass, äh, Lara ja mit ihrer Allergie so Probleme hat und wir eigentlich immer teure Sonnencreme kaufen mussten, äh, damit überhaupt irgendwas funktioniert hat. Und ich dann einfach mal dieses damals für 2,79 Euro mitgenommen habe, um zu testen, wie es funktioniert. Und seltsamerweise funktioniert das. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar, ich wollte gestern Neues mitnehmen, weil das jetzt hier fast leer ist irgendwie. Die gehen aus Sortiment. Die haben durchgestrichenen, ähm, Barcode, Strichcode. Und, äh, mich nervt das ziemlich. Ich war in 2 Filialen und in beiden Filialen gab es die nicht mehr. Also, ich, ich, jetzt haben wir endlich was gefunden, was funktioniert und jetzt geht das aus dem Sortiment. Die haben noch anderes für, für Kinder irgendwie Spree zum Einsprühen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, das ist ja dann auch wieder was anderes. Da sind vielleicht andere Emulgatoren drin und, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also, falls irgendjemand in Berlin die Dinger noch sieht und mir sagen kann, wo ich sie kaufen kann, dann wäre das schön, wenn man, äh, oder wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wo es die gibt oder wo ich sie noch, wo die noch verfügbar sind. Ich würde dann nämlich schon gerne noch 2, 3 Stück davon holen. Ähm, ja. Also, wie gesagt, das kam 2,69 Euro, habe ich damals geholt. Und weil das halt so gut war und ich eigentlich das kaufen wollte und das nicht mehr gab, habe ich dann irgendwie aus lauter Frusten auf das Handspray gekauft. mit Kühleffekt, äh, für alle Hauttypen, für 1,69 oder 1,65, ich weiß gar nicht. So, da hat der Hund sich erschrocken. Wir haben ja hier heute, ein bisschen chaotisch, aber was soll's. So, dann gab es einmal Klopapier, feuchtes Toilettenpapier, muss auch immer mit für 69 Cent. Aber ich glaube, als ich das gekauft habe, kam es nur 59, das war nämlich vor 3 Wochen oder so, da war es in Erwerbung. Da habe ich auch ein paar mehr mitgenommen, aber irgendwie sind die alle schon verschollen. Ich wühle meiner Tüte dann, wie immer, für 99 Cent Hundekackertüten, müssen auch immer mit. Die sind parfümiert, die riechen so toll und die sind mega. Dann habe ich mir mal eine optische Maus gegönnt, weil ich habe eine, von Logitech glaube ich sogar auch. Das Problem ist, die klemmt links. Und immer wenn man da irgendwas tippen möchte oder, also bestätigen möchte, anklicken möchte, so. Ich bin so im Touch-Modus, bestätigen, tippen, das heißt ja anklicken. Ja, dann hängt das und man muss da halt ewig drücken und, ah ne, das ist mir voll auf den Keks gegangen. Jetzt habe ich gedacht, ach komm, für 1,79. Kann man das mal ausprobieren. Deswegen habe ich sie gekauft. Ich bin schon länger drum herumgeschlichen. So, dann machen wir, ich muss hier nochmal kurz sortieren. Wofür ist das hier eigentlich auch gar nicht irgendwie? Machen wir damit mal weiter. Das habe ich schon aufgerissen, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Und zwar ist das Head & Shoulders Clinically Proven Solutions. Antischuppen. Ich habe Schuppen und ich nutze seit eh und je Head & Shoulders. Und irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Beziehungsweise kriege ich recht schnell irgendwie dann doch wieder fettige Haare. Und hatte ich halt vorher nicht. Und jetzt gab es das für 1,99 und ich dachte, ich probiere das mal aus. Das ist gegen hartnäckige Schuppen, fettiges Haar und angespannte Kopfhaut. Das gab es auch in groß noch. Für irgendwie mit 250 Milliliter, für 1,249 und das kam jetzt 1,99 mit 130 Milliliter. Einfach mal, um zu testen, wie es ist. Interessiert mich. Auch die geile Packung, ne? Riesenpaket und dann an der Seite ausgespart. So, diese. Dann mussten Pflaster in den Korb. Die habe ich jetzt eben, bis eben waren die zu. Jetzt gerade eben, als ich schon da brechen musste, habe ich dann wasserlich das Pflaster rausgenommen. Wasserfest. Aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert, weil die Füße von der Badewanne dann noch nass waren. Es sind 20 Stück drin. Ich hatte gelesen, bei Urlaubszeugs, Reiseapotheken, Dings, habe ich mich da mal ein bisschen erkundigt, was man da so alles braucht und was nicht. Wie gesagt, wir waren ja irgendwie noch nie im Urlaub einmal. Das ist sechs Jahre her und da war Lara nach drei Tagen auch krank mit Mandelentzündung und Mittelohrentzündung. Und deswegen, das war auch irgendwie in Tschechien in den Bergen und nicht am Strand. Und deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen belesen und habe jetzt wasserfeste Pflaster mal gekauft. Und die auch unbedingt mitmüssen, wenn man sich mal verletzt oder irgendwas. Wer weiß, ob es da sowas gibt und wo und ach, keine Ahnung. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kamen 75 Cent, 85, weiß ich nicht, für unsere Köfferchen. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich zwei genommen. Diese Kofferanhänger genommen, die kosten jeweils 59 Cent. Lara hat sich das ausgesucht. Happy Flight. Ich habe diesen genommen. I'm looking for my owner. Ich suche nach meinem Besitzer und einmal guten Flug, gute Reise. Ich finde das total voll, weil da kann man hier auf der Rückseite seinen Namen, Adresse und Telefonnummer eintragen. Wenn der Koffer dann mal verschollen geht, dann wissen die, wem der gehört. Und das ist auch recht, also sehr, ne, ist nicht so ein billig Mist. Also nicht so, was man schnell verbiegen kann, was schnell kaputt geht, sondern auch schon echt ein bisschen fester. Und dann, deswegen bin ich eigentlich dahin gefahren, mussten diese Dinger mit. Denn im Flugzeug, wie gesagt, ich habe ja überhaupt keinen Plan, ich muss mich da auch erst mal belesen, darf man im Handgepäck nur Flüssigkeiten mit maximal 100 Milliliter Größe, Menge mit sich mitführen im Handgepäck. Und das muss auch alles in einer 1 Liter durchsichtigen, 1 Liter Zipf, mit Zipf verschließbaren Verpackungen verschlossen sein, nicht mit Knoten, Gummi oder irgendwas. Ja, und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Die kosten im Action 99 Cent pro Packung. Die Verpackung ist auch gleich dabei, die kann man direkt nutzen. Und da haben wir einmal hier sowas zum Zuschrauben, dann einmal so für Duschgel, wo man draufdrückt, und dann öffnet sich das und einmal so ein Pumpspender für Bodylotion, Sonnencreme oder was auch immer. Das finde ich ganz cool für Sonnencreme. Ja, und das habe ich jetzt dreimal mal mitgenommen. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Und dann geht es weiter damit. Ein Koffergurt, die kosten 99 Cent. Ich habe leider, das war in der einen Filiale, wo ich war, der letzte, und in der anderen wollte ich es dann nicht mehr kaufen. Das ärgert mich jetzt, weil ich habe da, da gibt es verschiedene. Und zwar haben wir hier Take Me Anywhere, den haben wir. Denn, ah, wie der jetzt, sind wir schon da? VIP, Time to Travel, Ready for Takeoff und Top Secret. Wobei Top Secret finde ich geil, dann gucken die erst recht in den Koffer. 99 Cent kam das und das hier kam 1,83 oder so, oder 1,89, ich weiß jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich habe keinen Kassensättel, beziehungsweise ist der jetzt gerade nicht hier. Das ist auch ein Koffergurt, allerdings hat der einen Zahlenschluss. Da kann man dann nochmal mit Zahlenschluss das verriegeln, damit man da eben den Koffer nicht so leicht aufkriegt. Mal gucken, wie das funktioniert. So, und dann kommen wir jetzt hier noch zu den anderen Sachen, die ich da noch so geshoppt habe, die Tage. Und zwar einmal dieses hier, ich finde das so cool. Das ist ein wiederverschließbarer Standbeutel. Da sind sechs Stück drin, ich glaube, die kamen 95 Cent oder so. 500 Milliliter Fassungsvermögen. Und das sind so Standbeutel, die so in so Einwegglasoptik macht man den hier auf. Dann kann man jetzt beispielsweise Kaffeebohnen oder was auch immer da reinfüllen. Und dann kann man das nämlich, dann stellt sich das so hin. Und dann steht der so gefüllt mit diesem Kaffeebohnen, dann kann man den so hinstellen. Braucht wahrscheinlich kein Mensch, aber irgendwie, irgendwie fand ich das so geil, dass ich es dann irgendwie doch mitgenommen habe. Ja, die Aktion jetzt hier, dieses Ding hier wieder rein zu friemeln. Ich hasse diese Typen. Dann will man das da reintun, dann klebt das und dann kriegt man es nicht zu. Und dann schmeißt man alles in die Ecke. Und dann kommt der Hund, weil er denkt, das ist Leckerchen. So, Tüte kaputt. Beutel wieder drin. Ja, wie gesagt, also 95 Cent oder so kamen die, haben 0,5 Liter Fassungsvermögen. Oh, das ist ein bisschen voll hier, ne? So, dann machen wir damit weiter. Die habe ich so lange gesucht, so lange. Immer, wenn ich da war, gab es die nicht, wobei ich war ja selten da, also hatte ich auch keine Möglichkeit, die zu kaufen. Diese Schrumpffolien, da habe ich jetzt einmal Einhorn mitgenommen. Fand ich ganz niedlich. Mit der Regenwolke. Und einmal Tiere, verschiedene Tiere, so Seerobben, Seesterne, Quallen. Oh, ich hoffe, ich treffe keine Quallen, 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 Quallen im Urlaub. So, dann habe ich, ich habe das so lange gesucht, immer wenn ich da war. Es war damals so, Bianca hatte mir eine mitgebracht und ich habe dann gesagt, das ist ja völliger Schwachsinn, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich nutze ja irgendwie meine Standschablonen sowieso so selten, bis fast nie, seit ich einen Plotter habe und ach, was soll ich denn damit? Ja, und dann hat es das irgendwie weitergegeben und als ich es haben wollte, habe ich es nicht mehr bekommen. Völlig, bin ewig rumgerannt, immer wieder. Ja, und jetzt letztens habe ich es zufällig gesehen und habe gedacht, Mensch, jetzt nehme ich es mit. Habe es auch direkt mitgenommen, weil man muss das ja nicht stempeln und ausstanzen. Man kann das ja auch mit beliebigem Papier machen. Also von daher, für 1,95. Habe ich die mitgenommen, gab es dann auch endlich mal wieder. Dann habe ich diese hier gefunden, habe allerdings jetzt auch nur das eine mitgenommen, weil die anderen mir nicht gefallen haben. Das ist so gold, schwarz, pink. Und das sind so Agenda-Sticker, finde ich mega. Das kann man für Kalender oder so, kann man das super nutzen. Also ich habe ja meinen Happy Planner, den ich da Woche für Woche gestalte und da meine Termine eintrage. Und kritzle dann da oben immer die Zahlen mit rein. Also theoretisch geht das auch so, finde ich super. Und dann kann man sich halt hier, wenn man an was erinnert werden möchte, wenn man irgendwas hat, was man nicht vergessen darf und so weiter und so fort, kann man sich das da auch noch markieren. Das sieht so aus, als wären die im Hintergrund klar. Tatsächlich. Die sind nicht weiß. Hier, man sieht es. Ja, hier sieht man es nicht. Aber die sind klar im Hintergrund. Finde ich cool. Die kamen 49 Cent, glaube ich. Ich habe jetzt aber auch nur dieses mitgenommen. Die anderen haben mir nicht gefallen. Dann habe ich diese hier entdeckt mit Bianca. Da war ich, ich weiß gar nicht, schon ein paar Tage her. Ich glaube, drei Tage her oder so. Da waren wir im Action und zufällig, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe da irgendwie geguckt und meinte dann zu ihr, guck mal hier, was ist das denn? Und da gab es die in Roségold, in Silber und in Gold. Noch zusätzlich zu den schwarzen, die es ja ohnehin schon gab. Und ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Kosten 96 Cent. Wieder, wie gehabt, zwei 3,5 und 5 Millimeter Spitze. Ja, ist mal was anderes. Glänzt dann auch ein bisschen. Ist halt Metallic. Sieht vielleicht auch viel schöner aus als dieses schwarze. Ich werde es mal testen und gucken, wie es ist. Die schwarzen fand ich übrigens nicht so schön. Die sind recht schnell ausgefranst. Dann fielen mir diese hier in die Hände. Damals war ich ja so verrückt und habe in der Tat, es gab ja vier Stück pro Set. Ich habe insgesamt zweieinhalb Sets gekauft. Zweieinhalb. Also zweimal vier und dann nochmal ein halbes. Also nochmal zwei. So. Näh. Und jetzt stand ich da vorgestern und habe mir die angeguckt und habe gedacht, nee. Erstens habe ich die anderen hier alle noch. Die dünne nutze ich immer für den Planner. Das finde ich ganz geil. Ich habe so wenig dünne. Ich hätte viel gerne mehr dünne als dicke. Und den fand ich irgendwie am schönsten. Auch mit dem Gold. Schwarz hat man ja so selten und dunkel generell. Deswegen habe ich diese mitgenommen. Die anderen haben mir nicht gefallen. 1,64 Euro. Nee, Quatsch. 1,94 Euro. Mensch. So. Und dann sind wir schon wieder bei 19 Minuten. Völlig ungeplant. So. Und dann sind mir diese tollen Schätzchen hier in die Hände gefallen. Es gibt ja acht Stück. Ich hatte auch alle acht in der Hand. Allerdings bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich brauche nicht mehr jeden Scheiß. Ich muss nicht mehr jeden Mist haben. Und nö. Deswegen habe ich jetzt auch nur die gekauft. Die kosten pro Stück. 1,29 Euro. Das sind Stanzen. Stanzen und Spregelschablonen. Und das sind so Randstanzen für den Rand. Die fand ich ganz geil. Da steht Hello drauf. Das war auch die einzige mit Schriftzug. Denn hier Herzchen. Es gab noch Sternchen davon und Blümchen. Aber wofür? Und dann dieses hier. Das sieht auch noch so ein bisschen schnörkelig mit gesticktem Rand. Vielleicht auch noch ganz schön aus. Ja. Die drei. Auch noch so mein Beutelchen ist leer. Aber ich habe überlegt, ich hau direkt noch einen anderen Hole dran. Ich habe nämlich, ich war im Decathlon gestern. Auch noch ein paar Sachen besorgen für den Urlaub. Und da dachte ich, ach wenn schon, denn schon brauche ich keine zwei Videos machen. Aber erst mal konnte man da Glücksrad drehen. Das ist ja jeden Samstag. Wir waren am Alex. Da ist ja jeden Samstag so eine Aktion. Da kann man Glücksrad drehen dann und irgendwas gewinnen. Keine Ahnung. Und Lara hat, meine Tochter hat am Glücksrad gedreht. Und hat dann Frisbeescheibe gewonnen. Finde ich geil. So eine. Kann sich hier irgendwie direkt wieder ein. Also zum, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die, ähm, na, zusammenklappen. So, Mensch, die Hitze. Furchtbar. Und dann haben wir auf dem Weg zum Action, da habe ich einen Laden gefunden. Fand ich also völlig, wir waren auf der Suche. Wir wollten ja ursprünglich zum, ähm, Decathlon dann wegen Wasserschuhen gucken. Weil in der Türkei braucht man Wasserschuhe. Wenn da so Kieselsteine sind und der ganzen Krims, dann tut das mit Sicherheit auch weh. Und es ist bestimmt auch heiß und alles. Und deswegen waren wir auf der Suche nach diesen Wasserschuhen, die ich ursprünglich im Decathlon kaufen wollte. Und jetzt sind wir da vorbeigelaufen und Lara meinte, oh Mama, guck mal, guck mal da, die brauchen wir ja. Na jedenfalls, die kamen zwei Euro. Das ist unglaublich. Und die sind von Arena. Also von der Firma Arena. Und Arena ist echt teuer. Eigentlich. Ist halt so Badeanzugfirma, Badekramfirma Zeugs. Ja, und da haben wir die mal mitgenommen. So, ich schmeiß jetzt hier einfach mit drauf, ne. Mit den Hüstenbeutelchen. Und hau direkt hinterher. So, dann haben wir, die Lara kann immer noch nicht schwimmen. Das wollten wir jetzt in Sommerferien, wollten wir einen Schwimmkurs machen. Also Lara sollte einen Schwimmkurs machen in Sommerferien. Jetzt sind wir in der Türkei. Aber wenn wir wiederkommen, macht sie den Schwimmkurs noch. Weil sie ab der dritten Klasse hat sie ja Schwimmunterricht. Und da finde ich, sollte sie auch schwimmen können. So, und hier habe ich das erste Mal welche gefunden von 30 bis 60 Kilo. Also die können zur Not auch Erwachsene noch nutzen. Finde ich ganz geil. Jetzt kann ich mal gucken. 30 bis 60 Kilo. 6 bis 12 Jahre. Na, das passt doch. Ja, und die kamen in der Tat nur 1,99 Euro. Also wirklich. Wir hatten welche vom Action letztes Jahr. Die sind ja direkt nach dem ersten Mal kaputt gegangen. Also kann ich nicht weiter empfehlen. Dann haben wir noch mal Badeschuhe gekauft. Und die Wühle noch. Und die Wühle noch. Irgendwo. Hier noch mehr. Ach so, hier. Und zwar habe ich gleich für die halbe Familie Badeschuhe gekauft. Die gab es noch in Türkis, allerdings nicht in meiner Größe. Ich habe jetzt hier zweimal 42, 43. Für meinen Papa und für mich. Und einmal 40, 41 für meine Mama. Die kosten 5,99 Euro pro Stück. Die sind reduziert gewesen. Und ich finde die ganz cool. Die sind auch schön fest. Und tun nicht weh, wenn man sie anhat. Von daher passt das ganz gut. So, zu diesem Thema Rucksack. Hatte meine Tochter sich noch diesen hier mitgenommen. Im Decathlon. Kam auch 1,90 Euro. Ist ein 10 Liter Rucksack. Und ist zusammenfaltbar auch. Kann man denn hier rein machen. Und irgendwie mit sich mittragen. Und ich dachte, wenn man so am Strand ist oder so, dann ist das vielleicht ganz cool. Wenn man einen dünnen Rucksack hat, wo man ein bisschen Kram reinpacken kann. Bevor man so ein dickes Ding damit rumschleppt. Ja, dann hatte Mami ja mal hier einen Badeanzug und so. Ich hatte, beziehungsweise habe ja auch noch einen. Aber der hat nicht mehr gepasst. Und ach, wenn man aufhört zu rauchen, dann nimmt man ein Gewicht zu. Das, ja, irgendwie bin ich im Moment viel am Essen. Und von daher habe ich einen Badeanzug gekauft. Der kam 3,49 Euro. Das finde ich knaller. Also wirklich 3,49 Euro. Ist ja irgendwie nichts, ne? So, dann für die Tochter noch mal einen zum Wechseln. Die hat ja einen eigentlich. Der war jetzt hier noch auf links. Die hat ja eigentlich einen von Slatzenger. Also einen richtigen, ordentlichen für den Schwimmkurs eigentlich bekommen. Den wir jetzt immer noch nicht gemacht haben. Und zum Wechseln jetzt. Wenn man was zum Wechseln braucht. Was auch immer. Sollte man ja immer 2 mitnehmen. Der kam mit 2,99 Euro. Das ist auch irgendwie nichts, ne? Und du musst ja jetzt auch nicht 30 Jahre halten. Das reicht ja wirklich. Diese Woche im Urlaub. Und dann ist das schick. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Und das ist der Beste, wie ich finde. Und zwar habe ich mir dann nochmal einen Badeanzug gekauft. Der ist so dunkelblau. Und der hat Beine. Ich finde das so schön. Der hat Beine. Das heißt, man hängt da nicht. Da verrutscht nichts. Und dann hängt man da plötzlich irgendwie. Und keine Ahnung. Sondern der hat Beinchen. Also jetzt nicht lang. Also schon ein bisschen länger. Wo man halt nicht gleich alles sieht. Und man sieht die Pobacken nicht, wenn irgendwas verrutscht. Oder was auch immer. Der kam jetzt 9,99 Euro. Ja. Und somit haben wir uns ja gestern gleich so ein bisschen badetechnisch irgendwie eingedeckt. Muss ja alles auch mal sein. So, ja. Und das war's. Es war... Ja, das war's. In der Tat. 25 Minuten. Wir sind fertig. Und das ohne Kassensettel. Das ist doch prima. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Also ich werde jetzt... Also bei uns ist jetzt so, ich muss jetzt sparen. Ich muss jetzt echt viel sparen. Ich muss... Wenn ich in den Urlaub fahre, will ich mir ja auch irgendwie was leisten können, wenn ich da bin. Und deswegen... Ich denke mal, Action wird jetzt demnächst erstmal nicht mehr so viel kommen. Muss auch nicht. Weil ich habe gemerkt, man kauft ja echt... Also damals am Anfang war es ja so, man hat ja echt jeden Scheiß gekauft. Man guckt in den Haul und denkt sich, oh geil, neue Stanzen. Man rennt hin, kauft die. Kauft das komplette Set, weil es geil ist. Und am Ende liegt es hier immer noch und ist nicht einmal ausgepackt worden. Also selbst die anderen... Wie hießen die denn jetzt? Fällt mir gar nicht mehr ein. Diese Joycraft... War das Joycraft? Joycraft-Stanzen für 96 Cent das Stück damals. Oder dann irgendwann für 1,55. Ja, wo ich hier zig Stücke gekauft habe. Die habe ich dann auch recht schnell wieder verkauft, weil ich... Wofür? Ja, was soll ich damit? So gut waren die auch nicht. Also da haben teilweise auch die Löcher gefehlt und man hat dann das Gestanze gar nicht rausbekommen. Und ach, was weiß ich. Jedenfalls bin ich jetzt nicht mehr so auf dem Trip, dass ich jeden Mist kaufen muss. Und von daher bin ich in letzter Zeit selten da gewesen im Action und wahrscheinlich in nächster Zeit auch selten. Es gibt so ein, zwei Sachen, die mich interessieren jetzt von den Neueren. Wenn ich da bin, nehme ich die auch mit, aber ich würde jetzt niemals explizit deswegen da hinfahren jetzt. Irgendwie, um da hinzurennen und sämtliche Actions abzuklappern, um die Clear Stamps beispielsweise dann jetzt da zu kriegen. Oder das Papier oder die schon wieder neuen Blöcke, die jetzt gerade wieder ausgekommen sind. Oder keine Ahnung. Nee, also Action Halls, weiß ich nicht. Wird es jetzt nicht mehr so viel geben in nächster Zeit. Ein paar Craft-Updates vielleicht. Aber selbst da, ich bin nicht mal zum Basteln gekommen. Ich bin jetzt gerade dabei, hier mal ein bisschen Bastelkram auszusortieren. Hatte jetzt auch ein Paket hier. Das ist jetzt aber verkauft schon. Wird jetzt aber nochmal weiter sortieren und werde auch gucken. Also es gibt so viele Sachen, die braucht man einfach nicht. Die kann man im Leben nicht verbasteln. Ich meine, was soll ich hier mit 20.000 Papierblöcken? Wofür? Ich meine, ich nutze meine Papierblöcke im Moment gar nicht, weil ich habe jetzt einen zweiten Plotter. Ich nutze den nur mit A4. Sprich, ich habe hier 30 mal 30 Blöcke, die müsste ich zerschneiden, damit ich sie nutzen kann. Das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Also drucke ich mir mein Papier selber. Ich habe weißes Papier in 250 Gramm, 300 Gramm, 160 Gramm, 120 Gramm, Stärke, 220 Gramm. Und das drucke ich mir so mit dem Motiv, wie ich es haben möchte, mit Digitalpapier. Und von daher brauche ich im Moment auch keine Blöcke. Also wie gesagt, die liegen ja auch nur rum. Und da werde ich einen Teufel tun, jetzt nochmal neue zu holen. So, und jetzt labere ich mir hier einen Ast an der Backe. Wir sind jetzt bei fast 28 Minuten. Ja, immer mal wieder Neues von mir gibt es auch in meinem Instagram-Account. Den Link dazu verlinke ich euch in der Infobox, in der Videobeschreibung und ansonsten auch immer hier irgendwo jetzt gerade eingeblendet. Da gibt es auch immer mal wieder Neues. Folgt mir da gern. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was auch immer. Und nochmal zu diesen hier Dingsbums. Falls der eine oder andere in Berlin die Dinger noch sieht, irgendwo wäre es schön, wenn er mir entweder eine Nachricht oder in die Kommentare schreiben kann, wo ich diese Sonnencreme noch kriege. Ich brauche diese Sonnencreme, weil sonst wird es teuer, sonst muss ich Teure kaufen, damit wir in den Urlaub fliegen können. So, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Viel ist ja davon nicht mehr. Ich denke, es wird hier demnächst gleich hoffentlich gewittern. Ich wollte gerade schneien sagen, aber das ist... Nee. Gewittern und dann kann man hier auch mal die Fenster aufreißen. Das ist ja so unglaublich heiß hier. Ja, ich labere jetzt gar nicht länger. Wir sind jetzt bei fast 29 Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen restlichen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.